Schluss mit dem Frust und her mit der Lösung. Die meisten Menschen haben ein Gefühl zum Thema Akquise, als hätten sie eine Strafarbeit bekommen, die sie zwangsweise verrichten müssen, weil das Schicksal sie einfach mit diesem Schlag getroffen hat. Das muss nicht so sein. Ich möchte erst mal sagen, dass ich selber eine Menge Lehrgeld bezahlt habe beim Thema Akquise und diese Dinge, die man normalerweise damit verbindet, nämlich ganz viele Menschen anrufen und mit denen sprechen und das sind lauter Leute, die eigentlich überhaupt nicht interessiert sind und die soll man dann von irgendwas überzeugen können und so weiter und so fort. Das ist ein bisschen ein antiquiertes Bild. Sicherlich ist es auch eine Quote schlicht und ergreifend, aber es gibt auch Gründe, warum Menschen ab einer bestimmten Quote von Frust, nämlich das Gefühl haben, ich kann es einfach nicht, ich bin da nicht zu geeignet, ich brauche irgendwie eine andere Lösung und Gott sei Dank gibt es eine andere Lösung. Im Kurs das Akquise-Wunder stelle ich neun Schritte vor und die beginnen eigentlich vor dem, was man Akquise nennt und beginnen erst einmal bei dem, was man eigentlich eher unter Marketing einordnen würde. Das bedeutet, es beginnt schon mal damit, dass man mit Leuten spricht, die neugierig sind und es gibt ganz neue Wege, sich finden zu lassen. Dann ist es natürlich schon auch noch wichtig, wie spricht man mit diesen Personen, wie spricht man die an, wie findet man den richtigen Draht und so weiter und so fort. Aber die Quote wird schlicht und ergreifend eine ganz andere sein, wenn ich schon mal weiß, wen spreche ich an, wie spreche ich die Leute an und wie werde ich zum Magneten für die Menschen, die sich wirklich für das interessieren, was ich anzubieten habe. Ja und dann passiert das Akquise-Wunder. Es fängt nämlich an Spaß zu machen und wird ganz leicht. Es gibt schon mal einen kostenlosen Ausblick auf dieses Thema Akquise-Wunder und zwar ist es so, dass es hier unten ein Kontaktformular gibt und wenn man sich da einträgt, dann bekommt man das Akquise-Wunder als Basisseminar schon mal geschenkt und da sind schon diverse Tipps und Hinweise drin, mit denen man sofort anfangen kann, zu arbeiten. Darüber hinaus gibt es vier weitere Webinare, die man kostenfrei bekommt zu unterschiedlichen Themen. Ja und ich freue mich einfach, wenn ich von Ihnen höre und ich bin auch gerne da für Rückfragen und würde sagen, hoffentlich bis ganz bald und viel Erfolg bei der Akquise. Tschüss, Ihre Claudia Heilmeier.